neue woche neues glück hier an diesen spot ich hatte die letzten tage hier mehrfach getestet und mich hier schön hingestellt mit absolut simpler montage auch hier jetzt gerade frisch ausgeworfen drei ruten dreimal gleich zusammengebaut und in den letzten tagen hatte ich zum einen in einer halben stunde über 300 silber und in der stunde beim anderen mal testen über 500 silber an dem spot gemacht ob das immer noch so geil hier lübt gucken wir mal also ich stehe hier an der stelle an der ich auch zuletzt schon das video gemacht habe diesmal stehe ich hier auf sieben meter geklippt ich habe bisher noch nicht eine futter mische oder irgendwas in der art reingeschmissen ganz simpel auf diese art und weise zusammengebaut das set ja und auf die art und weise lief es hier die letzten tage rasant also richtig gut mit super frequenz ging es halt richtig ab ich teste jetzt gerade ist vielleicht nicht die ideale testzeit weil es eben auch nacht ist und da sowieso nicht so viel geht aber ich teste jetzt gerade so ein bisschen ob auch was ohne futtermische schon anspringt oder dass es da vielleicht schon mal ein bisschen losgeht grundsätzlich hatte ich verschiedene futtermischen ausprobiert und zwar auch futtermischen die man eben auch als anfänger hier im low level oder wenn man hier gerade zum bernsteinsee reisen kann gerade in dem bereich die dann schon herstellen kann denn vom setup sowie es aufgebaut ist ich gleich auch noch mal ein bisschen detaillierter darauf ein ist es jetzt so aufgebaut dass es hier eher um eine höhere frequenz geht und gar nichts darum hier die dicken fetten trophies rauszuziehen das kann man dann machen wenn man ein stabileres setup hat hier geht es erstmal darum viele fische rauszuziehen beim beim stundentest hatte ich über 70 fische in der stunde das heißt also von der frequenz her wahnsinnig gut grundsätzlich ist es immer eine gute frequenz wenn man pro minute einen fisch hat dann ist das schon eine richtige richtig gute frequenz aber dann wie gesagt 70 70 fische pro oder über 70 ob es war 74 75 fische pro oder in dieser einen stunde ist natürlich der hammer so mal eben die kamera ein bisschen bisschen korrigiert da wird mir immer oben hier mein letztes haupthaar wird mir abrasiert das ist ja katastrophe halten so wir gucken noch mal eben ein bisschen detaillierter darauf ein der knackpunkt ist eigentlich hier dass ja einfach nur mit mais geangelt wird einfach nur kleiner haken einser haken man kann vielleicht auch auf vierer haken runter gehen wobei dann eben auch einige reingehen die vielleicht so unmaßig sind diese kleinen schäbigen schuppies will man dann vielleicht nicht also einser haken war schon ganz gut ich hatte es auch letzte woche im stream mal hier getestet mit einem 1 0 haken war gar nicht mal so geil also ich würde sagen einer haken passt da schon richtig gut rein muschel grün einfach hier als simples maiskorn das heißt wir sind hier mit dem pop-up rig unterwegs und haben hier einfach nur auf dem simplen mais quasi alles eingestellt mit muschel als dip und dann gibt was ich zuletzt gemacht habe wir gucken mal eben nach hier nach muschel ich habe einmal eine muschel mische hergestellt gehen wir mal hier im detail rein das hier ist die muschel mische mit basics also wirklich keinen besonderen zutaten was man halt noch variieren könnte also was jetzt hier drin ist natürlich basis für für karpfen gemahlene erbse und mais muschelsoße dann eben noch mal und fluss wandermuschel auch das ist natürlich vielleicht ein bisschen höher vom level das könnte skill mäßig schwierigkeiten geben man kann das dann aber auch um ändern das heißt wenn man hier die wo ist das pva wenn man diese komponenten dann hier in diese bällchen form rein mischt auch das ist ja möglich das ist die hier muschel mische total die gehen wir auch mal rein das sind jetzt hier auch wieder gemahlene erbse flusswandermuschel könnte man dann wenn man es noch nicht verwenden kann austauschen gegen mais oder gegen erbse oder sowas einfach eine normale karpfige basis und dann nimmt man einfach hier diese feed pellets und auch da dann wieder muschelsoße rein und gib ihm bisher wie gesagt noch nichts angefüttert und bisher auch noch kein ergebnis wir haben jetzt vier uhr morgens eigentlich die perfekte uhr zeit um mal jetzt hier in die stunde rein zu gehen also nehme ich jetzt mal hier die mische total benutzen und ich werfe hier ja auf sieben meter aus also relativ knapp und wir werfen jetzt hier erstmal ein bisschen an also zack einmal raus und dann zweimal wie wir werden also fünf mal raus ich werde auch mal ein bisschen links und rechts dass wir in etwas größeren etwas größeren spot haben so das sieht doch schon alles ganz gut aus aber schon mal drei draußen vier und den nächsten werfe ich ein bisschen weniger weit jawohl so jetzt haben wir genug draußen eigentlich ausreichend futtermische und ich nehme es auch jetzt erst mal ab das sind jetzt quasi 100 gramm futtermische gewesen auswerfen locker also so zwischen fünf und sieben meter überhaupt kein problem hier an der stelle dass man das hier auswirft jetzt braucht man natürlich so ein bisschen zeit keine ahnung fünf minuten und dann läuft das jetzt gleich hier richtig los hoffentlich ansonsten ist der spot tatsächlich nach der letzten woche leer gefischt was ich allerdings nicht glaube ich meine hier die stelle oben ist halt prädestiniert auch für die ganzen für die ganzen stipp fischer und sowas ich gehe noch mal ganz kurz ein stückchen zurück und dann sieht man das vielleicht sogar noch ein bisschen besser hat noch nicht gereicht da ist halt ne dieser kleine schniepi dieser ganz kleine zipfel auf dem man hier steht und dadurch kommt man eben richtig weit raus auch mit der stippe genau in diese etwas tieferen bereiche hier ist halt ja einfach praktisch wenn man hier dann auch mit der stippe stehen will und damit dann auf karpfen gehen will so jetzt warten wir mal ab ob hier dann noch was startet mit den brocken und mit der muschel mische oder ob der spot tatsächlich fix und fertig ist und da geht der erste zupler rein also es hat tatsächlich ziemlich genau ingame mäßig jetzt eine stunde gedauert das ist gar nicht mal so wenig aber jetzt haben wir ungefähr ja kurz vor sechs uhr morgens und da geht das erste gezuppel los und der erste brocken ist dran eine schöne barbe das ist natürlich auch nicht verkehrt da sind einige drauf reingegangen auch schon beim letzten angeln bis hin zu um die fünf kilo die bringen natürlich auch ganz gut ganz gut kohle und nehmen wir natürlich gerne mit ich habe gerade eben nach dem pva tatsächlich noch mal fünf bällchen von der anderen futtermische reingeschmissen das heißt hier wirken jetzt gerade an diesem spot zum einen die futtermällchen also die futtermische in bällchen form mit doch eher etwas kleineren partikeln die vielleicht noch mal ein bisschen mehr lockwirkung für kleinere fische haben und zum anderen wirkt hier die futtermische aus dem pva mit den großen partikeln drin heißt also jetzt hier schön beides kombiniert und in gänze sind jetzt hier an der stelle 15 bällchen oder 150 gramm futtermische erstmal drin ja eine stunde hat es gedauert und dann ging der erste fisch rein das ist natürlich noch nicht gut aber ab jetzt muss es reinrasseln wenn ab jetzt die action losgeht der tag ist da die uhrzeiten ja uhrzeit passt temperatur passt jetzt muss es aber rasseln hier und zack da geht der nächste rein sehr gut also so soll das doch genau so soll das und dann geht es los hier mit dem schuppi der erste schuppi genau kann gerne jetzt abgehen aber was ich auf jeden fall jetzt schon sehe es fängt weniger wild an als beim letzten mal vielleicht heißt es jetzt einfach andere aromen testen durchaus möglich heißt also ich werde das jetzt noch mal ein bisschen durchziehen heißt also ich werde danach mal testen mit tintenfisch vielleicht dann auch noch mal wieder mit lachs oder solchen sachen oder einfach mal wieder ins fruchtige gehen kann man natürlich auch machen dazu wird auch direkt schon mal beim nächsten mal eben hier im chat hallo sagen und da ja guck mal na da sagt mal einer die muschel geht nicht mehr oder auf einmal geht es los hier so soll das jetzt fehlt nur noch die dritte route dass sie auch noch action hat zack und zack und dann geht das auf einmal richtig wild wieder los hier ich habe mir schon Sorgen gemacht doch so mehr davon also das sieht auch schon gut aus innerhalb von einer Minute drei schöne Schuppies und ihr seht halt vom Gewicht drei Kilo bis vielleicht maximal so zehn Kilo das ist so das Durchschnittsgewicht und die gehen dann aber auch halt in großer Frequenz so soll das halt sein ich warte noch mal ein bisschen ab vielleicht rasselt es ja gleich noch mal viel wilder hier rein und zack da geht er runter ja was soll man machen wenn zu wenig Frequenz da ist andere Spots testen heißt also jetzt hier auf dem klassischen 1er Spot teste ich es gerne auch auf Barbe und Co und gucke mal da da ist sie tatsächlich auch die Barbe warum 1er Spot ja weil Muschel und Co beziehungsweise die Barbe eben auch gerne mal hier an der Stelle mit rumlungert man kann sie hier gerne mit rausziehen beziehungsweise trifft sie hier immer mal wieder auch hier hatte ich vor einiger Zeit relativ gezielt mir eine Barben Trophy gefangen heißt also eine klassische Barben Mische genommen und dann Muschel dazu geedit das heißt wir haben ja hier die normalen Standard Barben Mischen und wenn man hier dann noch zwei Komponenten Muschel mit rein mixt beziehungsweise dann hier auch nochmal Muschel Soße hat man quasi Barben Mische plus und das ist natürlich dann ideal für sowas hier ich habe jetzt hier gerade viel rum getestet und ich muss sagen einen Hotspot so wie letzte Woche habe ich bisher leider noch nicht gefunden das war jetzt hier an der Stelle der erste Fisch ich habe auch gerade erst frisch ausgeworfen ich habe gerade noch getestet am Tümpel und zwar jetzt hier nochmal auf 17 Meter auch mit Muschel auch mit der Futtermische da ging nicht so wirklich was los die beiden kleinen Fische waren gerade zu sehen und ja das ist jetzt hier gerade der erste Fisch frisch ausgeworfen und jetzt teste ich erstmal was hier an der Stelle ist auf 35 Meter ich hoffe da geht noch ein bisschen was vielleicht findest du ja auch einen geilen Hotspot der einfach frequenzmäßig mit Mais auf Muschel richtig gut abgeht wie gesagt das war letzte Woche schon übelst wild da muss es doch irgendwo noch einen weiteren Spot geben und ich hoffe dass das hier jetzt wie gesagt ein bisschen weiter geht speziell mit der Barbe ich werde da gleich nochmal die Barben Mische nochmal herstellen gerade auch mit dieser lehmigen Komponente mit drin dass das alles schön auf dem Grund bleibt und dass dann die Barben da ein wenig gründeln können ja im Großen und Ganzen bleibt einem eh nichts anderes übrig als immer wieder neu zu testen verschiedene Köder, verschiedene Aromen und natürlich das an den verschiedensten Spots ich werde jetzt noch weitere Spots testen mit der Muschel Mische das heißt einmal noch hier hinten in dem Bereich oder hier zum einen im grasigen dann einmal auch im schlammigen Bereich und dann geht es gleich weiter hier runter in diesem Bereich bis hin hier zu diesem riesengroßen Druidenbaum und dann gucken wir mal irgendwo wird sich doch noch was finden Petri ihr Lümmels wenn es geholfen hat Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch Montags, Mittwochs, Freitags 19 Uhr Petri Popp die und dann